Die Portrait-Leica erscheint tatsächlich, Phase One hält mit einer ähnlichen Brennweite dagegen und Skylum launcht eine neue Anwendung namens Apparty. Während all das letzte Woche passiert ist, lag ich leider krank im Bett, man hört es vielleicht noch an meiner Stimme. Also, lasst uns diese Woche mal gemeinsam auf die neuen Themen schauen bei Fotografix News. Hallo zusammen, na, wie war eure Woche? Habt ihr euch auch etwa ein Jahr lang auf einen Marathon vorbereitet und wurdet dann eine Woche vorher krank? Schätz und Zynismus beiseite. Es gibt diese Woche wirklich wunderbare neue Themen und zwei Kameras, die ich echt ganz gerne mal testen würde. Vorab aber noch ein Wort zu unserem Sponsor. Fotokoch ist natürlich auch diese Woche unser und euer Partner für Fotografie und Videografie. Und nur noch für kurze Zeit, und zwar bis zum 30. September, bietet euch Fotokoch einen Canon-Neukauf-Bonus an, bei dem ihr bis zu 300 Euro Rabatt auf verschiedene Kameras und Objektive bekommt. Alle Infos findet ihr wie immer über den Link in unserer Podcast- und in der Videobeschreibung. Vor einigen Wochen hatte ich spekuliert, dass Leica ja bald eine Portrait-Version der Q3 herausbringt. Und jetzt ist die Q3 43 offiziell. Dabei bekommt man die im Mai 2023 erschienenen Q3 nicht etwa mit einem spanischen Likör, sondern mit einem 43mm F2 APO-Objektiv. Dieses ist natürlich wieder fest verbaut und allzu viele Änderungen bietet Leica in der neuen Version dann nicht an. Das Objektiv wurde allerdings speziell für die Q3 neu entwickelt und soll in der Brennweite ungefähr der Wahrnehmung des menschlichen Auges entsprechen. Wie schon bei der originalen Q3 kann man verschiedene Brennweiten simulieren. Dank 60 Megapixel Vollformatsensor sollen dabei wahlweise 43, 60, 75, 90, 120 und 150mm zur Verfügung stehen. Die Auslösung sinkt bei 150mm dann aber auf nur 5 Megapixel. Durch das neue Objektiv verändert sich die Größe und das Gewicht der Kamera ein wenig. Die Q3 43 bringt jetzt 793 Gramm auf die Waage und ist damit knapp 50 Gramm schwerer als die normale Version. Außerdem ist das 43mm Objektiv rund 5mm länger als das 28mm f1.7, das es vorher in der Q3 gab. Während Leica die Technik sonst beibehalten hat, gibt es in der Leica Fotos App zusammen mit der Q3 43 einen neuen Look namens Leica Chrome. Zudem erscheint ein neuer Multifunktionsprotektor aus schwarzem Glattleder. Für die neue Q3 43 verlangt Leica zu guter Letzt einen Aufpreis von 800 Euro. Wollt ihr aktuell zuschlagen, da müsst ihr nämlich 6.750 Euro einplanen. Spannend ist allerdings, dass die UVP der originalen Q3 inzwischen auch gestiegen ist, denn diese kostet aktuell 6.250 Euro. Falls ihr einfach nur ein bisschen Leica-Gefühl haben wollt und mal das Logo irgendwo drauf haben wollt, dann könnt ihr euch aber auch den Multifunktionsprotektor kaufen. Für diesen werden dann nur 250 Euro fällig. Zu einem Preis von 699 US-Dollern hat TimeRod in vergangene Woche ein neues Makro-Objektiv gelauncht. Das 90mm f2.8 Makro erscheint dabei für den Nikon Z-Mount und für den Sony E-Mount. Aber da es ein solches Objektiv bislang nicht für den Z-Mount gab, ist es für Nikoniana besonders interessant. Dabei verdient sich das 90mm f2.8 seinen Makro-Zusatz mit einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 tatsächlich und ist dafür aus 15 Elementen in 12 Gruppen konstruiert. Mit 12 Blendenlamellen stellt TimeRod zudem für eigene Verhältnisse einen neuen Rekord auf und damit könnte sich das 90mm f2.8 auch durchaus für Porträts mit schönem Bokeh eignen. Das Gewicht beläuft sich auf 630 Gramm für den E-Mount und 640 Gramm für den Z-Mount. Erfreulicherweise ist das Gehäuse dabei gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Eine Fluor-Vergütung soll zudem die Frontlinse vor Verschmutzung schützen. In den Handel kommt das neue TimeRod wohl im Oktober 2024. Leider kenne ich den deutschen Preis zum Release dieser Folge noch nicht. Wenn es für 699 erscheinen sollte, also der US-Preis einfach übertragen, dann wäre es ein echter Schnapper. Apropos ein echter Schnapper. FaceOne hat eine neue Version der XC Mittelformat Kamera vorgestellt. Die XC40 kommt dabei mit einem fest installierten 40mm f4.0 Objektiv und kostet 62.490 US-Dollar. Damit fährt FaceOne eine ähnliche Strategie wie Leica und liefert die neue Kamera mit einer längeren Brennweite aus. Statt auf eine eher weitwinklige Linse wie die 23mm Westmanreite in der Basisversion zu setzen, denkt aber daran, dass dabei äquivalent zu Kleinbild noch immer recht weit liege 24mm entstehen. Was die FaceOne XC40 aber so teuer macht, ist, dass sie eine recht kompakte Mittelformat Kamera mit einer Auflösung von 150 Megapixeln ist. Dabei kommt wieder das IQ4 als Digitalrückteil zum Einsatz. Wer schon eines hat, der kann die neue XC40 auch ohne Rückteil für 20.290 Euro kaufen. Das Gewicht von 1,8 Kilogramm ist dabei vergleichsweise leicht und wer derartige Kameras braucht, der wird die Vorteile von FaceOne Kameras ganz ganz sicherlich kennen. Auflösung von 14.204 x 10.652 Pixeln im 16-Bit-Raw-Format und einem Dynamikumfang von 15 Blendenstufen gibt's eben sonst nur mit Upscaling oder durch das Zusammenrechnen von mehreren Bildern. Wer mehr über die neue XC40 erfahren will, der liest am besten Jonathans News. Link gibt's natürlich in den Shownotes. Die Fotosoftware-Profis von Skylum haben eine neue Software herausgebracht. Die trägt den super süßen Namen Appety und soll sich in ihren Funktionen auf die Bearbeitung von Porträts konzentrieren. Losgehen soll's aber erst ab dem 7. November, falls ihr schon einen ersten Blick in die Anwendung werfen wollt. Dann hat Jürgen Wolf für Fotografics einen ersten Test der Beta geschrieben. Link gibt's natürlich in den Shownotes. Ich empfehle euch, den Artikel zu lesen, wirklich gut geschrieben und vor allem schöne Infos, schöne Einblicke in die Software. An dieser Stelle will ich euch aber einen kleinen Einblick in die Funktionen der Software geben. Das kennt ihr bereits von anderen Programmen, die ich vorgestellt habe. Also würde ich sagen, auf geht's. Und wer hätte es gedacht, es gibt fortschrittliche KI-Funktionen, die euch bei der Bildbeautung stützen sollen. Mit 4000 Punkten pro Gesicht, die die Software verarbeiten kann, soll Appety aber 20 Mal mehr als vergleichbare Fotoeditoren schaffen. Nachprüfen lässt sich das aber leider nicht so wirklich. Deutlich relevanter finde ich aber, dass die KI-Modelle auf Basis synthetischer Daten trainiert worden sind. Laut Scalum werden die Originalwerke also geschützt und so will man Bedenken bezüglich Datenschutz und Urheberrecht noch vor dem Launch besänftigen. Was Appety aber bewusst nicht bietet, ist eine Bildverwaltung. Kennen wir bereits auch schon von anderen Fotoeditoren, dass das fehlt. Dafür sind aber alle grundsätzlichen Funktionen eines RAW-Converts vorhanden. Als spezifische Werkzeuge eben für die Porträtbearbeitung bringt Appety folgendes mit. Eine Hautglättung, dazu noch einen Modus für makellose Haut, eine Korrektur von Hautfarben, eine Simulation für Studiolicht, Presets und LUTs, Features für die Maskierung. Und da ja Hautglättung und makellose Haut nicht genug sind, kann man dann auch noch digitales Make-up auf seine Porträts klatschen oder anbringen. Das macht man mit Make-up auftragen. Spannend ist zudem, dass eine fertige Porträtbearbeitung auf Wunsch auch auf andere Bilder übertragen werden kann. Eine Stapelverarbeitung rundet das Angebot dann am Ende ab. Los geht's also wie gesagt am 7. November. Das ist auch durchaus sinnvoll, dass es ein bisschen später losgeht, da Vorbesteller einiges an Geld sparen können. Denn ab dem 7. November werden stolze 26,90 Euro pro Monat oder 269 Euro im Jahr fällig. Das ist ganz schön teuer, aber bis zum 30. September, also in den nächsten Tagen nach Upload dieser Folge, könnt ihr euch für 219 Euro eine lebenslange Lizenz inklusive 2 Jahre kostenlose Upgrades und 5 Jahre kostenlose Upgrades sichern. Zwischen dem 1. Oktober und dem finalen Leastag gibt's dann zudem ein Jahresabo plus ein Jahr gratis. Dann werden dafür 179 Euro fällig. Das sind ja schon fast Temo-Taktiken. Ich schweige mal und mache weiter mit einem neuen Gerücht von Fujifilm. Und zwar soll im Oktober eine neue DSLM für Einsteiger erscheinen. Dabei soll die XM5 als Nachfolgerung für die im Jahr 2013 vorgestellte XM1 erscheinen. Wieder in einem eher kompakten Formfaktor ohne elektronischen Sucher. Zuletzt war durchgesickert, dass die XM5 wohl wie die XT50 ein Filmsimulationsrad erhalten soll. Und jetzt gibt's weitere Gerüchte zur Einsteiger DSLM. Angeblich soll Fuji bei der XM5 auf einen 26 Megapixel starken X-Trans BSI-Sensor, also rückseitig belichtet, im APS-C Format vertrauen. Dieser soll mit dem X-Processor 5 zusammenarbeiten. Wie du soll die neue Kamera wohl in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen können. Wen dabei einen Crop-Faktor nicht stört, der kann auch bei 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Das Display könnt ihr laut neuesten Gerüchten links neben das Gehäuse klappen. Ergibt auch durchaus Sinn, wenn man mit der Kamera vloggen will. Der Autofokus soll auf einem Hybrid-AF-System beruhen und mit 425 Messfeldern arbeiten. Die offizielle Präsentation soll Fuji für den Oktober geplant haben. Klingt durchaus sinnvoll, wenn der Hersteller das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen will. Was ebenfalls durchaus sinnvoll klingt, ist es, euch ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Die neueste Folge von Fotografics News geht nämlich damit zu Ende. Hat euch diese Folge gefallen, lasst doch ganz, ganz gerne ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr keine zukünftigen Folgen mehr verpassen wollt. Ich mache mich dann gleich mal auf den Weg, um meine Startnummer für den Lauf am Sonntag abzuholen. Schon mich dann noch ein bisschen, weil meine Stimme noch ziemlich hinterher hängt. Aber drückt mir schon mal den Daumen, dass ich trotzdem mein unter 4-Stunden-Ziel schaffe. Ich erzähle euch dann nächste Woche ganz, ganz gerne, wie es war. Ich freue mich drauf und würde sagen, auf Wiederhören! Bis zum nächsten Mal.